Schreien der Heilung entdeckt könnte auch ein Jedi-Tempel sein, wenn man sich so ein bisschen anguckt so ein bisschen hat es die Architektur von einem Jedi-Tempel Schreien der Heilung Da ist er schon, dieser Shaiyam-Do, der kommt bestimmt aus Indien Fremdling, mein Meister hat eure Ankunft vorausgesehen erwartet im Kloster der Meditation Ich muss jemand anders finden Sie ist auch fremd wie ich Habt ihr sie gesehen? Mein Meister weiß, von wem er spricht Ihr werdet ihn treffen Gut, dann treffe ich ihn Das Kloster der Meditation ist in der Nähe Aber es ist abgeschieden Folgt der Stille Folgt der Stille Okay, es ist hier so laut Mal Meinst du, Mako? Du stellst ja wohl doch Theorien hier auf Imperial Agent Faser, da muss man es mit Imperial Agenten rein Interessant Da ist er, der komische Meister Ich suche nach einem anderen Pilger Euer Bote meinte, ihr würdet wissen, wie ich meine Die Sehren ohne Visionen Ich sprach mit ihr Der Wandel ist nach Wos gekommen Wos muss zum Wandel kommen Die fremde Frau, die ihr sucht wird die Agentin des Wandels sein Bis Wisst ihr, wo ich sie finden kann oder nicht? Sie sagte mir, ihr würdet folgen und eure Absichten Hey, was soll das? Ihr Leute dürft an die Partei ergreifen Bleibt friedlich und geht rechtzeitig Kein Schaden wird kommen Es sei denn, ihr widersetzt euch Tja Ich lasse mich nicht von euch gefangen nehmen Hör mal auf Hör mal auf Das wollte ich jetzt nicht Meine Gabe ist nicht die Vorhersehung Aber ich sehe, dass wir nicht über euer Schicksal entscheiden werden Wo versteckt ihr General Redrash? Die Menschenfrau ist fort Sie ist nach Gorma Koss aufgebrochen Und unsere Hoffnung mit ihr Sie kann nicht weit gekommen sein Ich kenne den Weg ihrer Reise nicht Kommandos bewachen Gorma Koss Ihr Kommandant könnte den Weg der Fremden beobachten Und ich werde euren beobachten Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war Der General hat schon genug Vorsprung Auch ohne, dass sie sie waren Stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass wir uns so bei den Vos beliebt machen Wir müssen uns auch nicht bei den Vos beliebt machen Wir müssen hier nur ein General erledigen Raus hier? Ja, wieder raus hier Kurzer Aufenthalt hier Und nächste Station Gorma Koss 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 Ach, dieser ewige Weg, hier wieder rauszukommen Ist echt nervig Was ist das Ding hier so riesig? zu Ruhr Mako irgendwie nervster könnte es auch ab und zu mal was anderes sagen okay Teleporter nach da und das ist schön dann nutzen wir auch die Taxiplattform gleich mal die Straße der Erneuerung die Straße der Erneuerung das ist schön und dann auch die Straße der Erneuerung die Straße der Erneuerung mit der Erneuerung das ist eine große Herausforderung Vielen Dank. 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 Damit gut ist. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und du auch. Tschüss. Gut. Gut. ... 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